Leon Miller, gerade angeweist, aus dem Augenwinkel erkannt, Malio, alles klar, schön dich wieder hier zu hören, Age of Cage. Heute mal privat? Heute privat, ja. Das letzte Mal noch gefightet? Ja, heute leider nicht. Wie ging es dir in deinem Kampf, wie war es jetzt so die Zeit bis zur nächsten Veranstaltung? Ja, war super, leider kann ich jetzt nicht kämpfen, ich habe eine kleine OP. Ansonsten bin ich bald wieder am Start. Also im Moment der Trainingspause, verletzungsbedingt? Ja, drei Wochen muss ich jetzt raus und dann geht es wieder los. Ja, aber Vorbereitung, nächste Age of Cage-Veranstaltung, allseits bereit, so ist der Leon, der alte Tiger. Sehr gut, heute Abend auf welchen Kampf freust du dich besonders? Auf Omar, wird den zweiten Kampf machen, starker Kämpfer, ich mache mit ihm auch zusammen Sparring und so, wird ein guter Kampf und ich wünsche ihm alles Gute. Ansonsten wünsche ich natürlich noch allen Kämpfern vom Cell Incage natürlich nur das Beste. Wir sind da, um die Jungs zu supporten und wir werden gute Kämpfer heute. Immer starkes Team, Cell Incage, sehr, sehr loyal, alle untereinander, habe ich auch schon kennengelernt in der Kabine, halten alle sehr, sehr stark zusammen. Finde sehr beeindruckend, gutes Team. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß heute mal auf der anderen Seite vom Käfig, leider Gottes. Ja, kann ich auch mal genießen. Aber irgendwie auch nicht schlecht, wenn man es mal genießen kann. Ja, schön. Viel Spaß, mein Lieber. Danke, macht's gut. Ciao. Bis bald. Ja. 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 Ja‍